Hallo meine Freunde, da sind wir wieder bei Trouble in Terrorist Town und zwar mit der GameStar Elite. Dallocat, Grants, Krabs1, TheMath und die Vitaminpille, TheWolf. Vita, moin moin. Moin moin. Ich bin Inno. Ja, es sind doch alle. Alle Inno. Oh, eine Inno-Runde. Treffen uns bei Dallocat, Dallocat, Dallocat. Wir sind alle Inno. Wir sind mit einer Pumpback. Komm, wir in das Zimmer wieder, Wolf. Das ist schön. Das ist dein Zimmer hier. Geh' da und er hat's rosa in das Zimmer. Was hafst du, eine Granat oder was? Nein, nein, nein. Ey, ey, ey. Du Lömmel. Dallocat, Dallocat, Dallocat. Dallocat, 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 Dallocat. Identifizier ihn. Dallocat, 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 Dallocat. Oh, da ist irgendwas in die Luft gegangen. Grenz. Ich bin hinter dir, Achtung. Verzier' dich, geh' hier weg. Ja, ich bin schon weg. Hast du gestorben? Du hast den getötet. Gibst du zu. Du bist doch gar nicht. Wieso verfolgst du mich? Ich bin im rosa Zimmer. Nein, ich bin im rosa Zimmer gerade. Ich verfolg dich gar nicht. Ist gerade irgendwo eine Bombe explodiert. Nee, das war eine Disco. Ich gehe wieder runter. Nein, bleib oben. Okay. Ich stehe hier. Marf ist bei mir. Marf ist bei mir. Ich habe Ralf gefunden. Nee, ich stehe im rosa Zimmer, Mann. Töte ihn. Soll ich ihn töten? Nein. Wer ist Detective? Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Er hat hier irgendjemanden getötet. Du wurde gerade geschossen. Ich bin noch im rosa Zimmer und auf mich wurde gerade geschossen. Ja, Marf schießt auf mich. Ich habe gleich auf das Fenster geschossen. Leute, ich glaube es ist Ralf. Warum bin ich es? Warum? Was für ein Beweis hast du? Ich glaube, du hast eben Vita Wolf getötet. Du hast Vita Wolf getötet, Mann. Wieso verfolgst du mich? Ich sehe dich doch gar nicht, Mann. Du musst dich nicht verfolgen, ey. Du redest Blödsinn. Guck mal, wer ist das? Krabs, siehst du mich hier hinten? Ich springe. Oh. Ja, sehe ich. Komm zu mir mit Marf. Sei vorsichtig. Grenz kann es sein. Nein, Ralf ist es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eine Leiche in diesem Haus ist. Ralf, geh weg von mir. Nein, ich bin doch von dir. Schieß dich auf mich. Dann geh weg. Ja, super, ey. Und was soll ich denn machen so, wenn jetzt einer kommt und mich abknallt? Echt? Mann, ey. Ja, super, danke. Grenz, ich bin gleich bei dir. Okay, ich habe Dalu gefunden. Okay, Moment. Keiner kommt hier rein. Okay. Ich stehe vor der Tür. Oder wo soll ich hingehen? Peter war innocent. Dalu war Traitor. Wo soll ich denn jetzt gehen? Okay, Ralf Finger ist es. Tötet ihn. Natürlich. Weißt du, wo der ist? Er ist unten. Warte, ich kaufe ein Radar. Ralf? Bist du da hinten im Haus? Okay, Ralf ist in der Kanalisation, glaube ich. Ich bin im Keller. Hallo. Komm doch runter. Oh, oh. Wir sind alle hinter dir. Egal, wir sind alle hinter dir. Hallo, Schmuck, Spaß. Ja, schön. Ich bin richtig ausgerastet. Eben noch drüber geredet, ne? Ja, genau wieder so. Ich stehe einen Meter voll mit der Shotgun, schieße, überlebe das und schieße mit der Pistole einmal zurück und ich bin tot. Ey, ich habe die Leichen nicht gefunden. Jetzt weißt du ja nicht, wie es mir geht. Die un-fucking-Runde. Und Ralf, warum hast du mich nicht wiederbelebt? Ach so, sorry. Du hast so viel Zeit gehabt. Ja, ich habe es nicht gepeilt. Ich habe eure Leichen nicht gefunden. Da fehlt uns so ein bisschen die Skates bei dem Spiel. Tut mir leid, ey. Dann musst du nur den Defi kaufen, den nimmst du dann und dann draufziehen und so nah rangehen. Aber auch mit der linke Maus, was sie gedrückt hat. Okay, Defi kaufen mit C und dann rangehen und okay. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Vita Wolf. Boah, war das gerade wieder kacke, ey. Sorry, Mann. Ich hatte aber eine M16. Ja, die M16 habe ich zu sehr gebufft. Die muss ich nerfen wieder. War fan viel, ey. Wer ist hier? Marv Sokos. Ja, ich werde nichts mehr. Vita Wolf ist vorne mit der Pumpe. Ja, ja. Ich bin Double-Detective. Ich habe geschossen, aber nur um eine Scheibe kaputt zu machen. Ich bin nämlich jedes Mal hier als erstes getötet. Rechts von uns Detective. Rechts von uns auf dem Dach sind zwei. Ja, ich weiß doch gar nur Marv. Marv zielt so. Marv zielt so. Marv zielt anders als die anderen. Ja. Der hatte mit dem kleinen Finger so abgeschreit. Marv hat sogar geschossen. Er hat dabei beide Augen zu. Was ist hier los, Ralfi? Lass mich mal... Bist du Traitor? Ich bin hier, Ralf von der Shotgun. Ich bin im blauen Zimmer in dem Haus, wo Marv ist eingeschlossen. Au. Hier ist was explodiert. Hallo? Er haut ab, er haut ab, ohne mich zu töten. Ich seh's, ich seh's. Ich bin aber noch am Leben. Ah, geil. Ich bin aber noch am Leben. Raps, ich bin hinter dir. Grants ist blutet. Grants ist blutet. Grants ist blutet. Ich bin da grad runtergestürzt, Marv. Hast du das gesehen? Nee. Also einer lügt dann ja. Ach wirklich? Einer lügt? Das kann doch nicht wahr sein. Hier lügt jemand? Wie viele Leute sind hier? Sechs, glaub ich. Dann ist Grants. Ralfinger mit der Pumpe. Da oben sind zwei, die sich gegenseitig nicht beschuldigen. Marv ist es, Marv ist es. Und jetzt genau, jetzt wo ich sage. Marv ist nur was vom Traitor. Ich glaube, Krabs ist es, wenn er keinen Detective ist. Marv steht die ganze Zeit da oben und zielt. Ich glaube, es ist Grants. Ich glaube irgendwie auch, dass es Grants ist, weil Grants der Traitor ist. Okay, die beiden sind Traitor und wollen nur den Pro-Gamer töten. Nee, wen denn? Er hat doch gesagt, ich bin's nicht. Grants ist es. Da versteht sich im Haus. Ich geh mal rein, ich geh mal rein zur Grenze. Grants schießt auf mich. Der wurde geschossen. Im Haus fallen Schüsse. Junge Frau, Hilfe. Junge Frau, Krabs, er meint dich. Mit der Raucherstimme. Dalu ist hier. Wenn ich sterbe, ist das Dalu. Was ist denn im Haus? Also, Grants ist... Okay, Dalu. Moment, Moment, Moment. Er hat Marv getötet. Warum? Detective. Ja, guck's nach. Moment, Moment. Bevor ihr schießt, lass ich nachgucken. Ich bin nämlich hundertprozentig sicher, dass ich hier nicht war. Da drüben, Marv. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ey! Grants schießt. Oh, der war geil. Grants hat auf mich geschossen und dann hab ich den Klassiker gemacht. Man muss sich erst anschießen. Ich hab Grants jetzt aber wirklich erschossen, weil er mich angeballert hat. Ich hab 70 HP. Ich glaub Ralf Finger und Vita sind oder so. Vita ist es, Vita. Was? Ich würde den Traitor beschuldigen. Was? Ich hab überhaupt keinen beschuldigt hier. Achtung. Ah, der Tardu Kaat ist. Der Tardu Kaat ist. Ja, weil du es bist. Ich bin Ino. Nein, der Tardu Kaat ist. Ich bin Ino. Es gibt einen Detektiv und zwei Traitor. Es gibt einen Detektiv und zwei Traitor. Ja, Krabs, Krabs. Ich hab nur noch 30 HP. Ich brauch Ralf. Ich brauch Ralfina. Da ist es. Krabs. Krabs, sag bitte was! Hast du ihn? Er war Traitor. Ach Gott sei... Ralf, oder? Nein, das war Vita. Achso, Scheiße. Grants lebt doch. Wieso beschuldigen die sich? Ich bin hier. Okay, Dalu ist da. Ja, Dalu lebt ja noch, scheiße. Natürlich. Was war er? Ja, Dalu hat doch gesagt, er hat mich getötet. Und dann sagt Dalu, Grants lebt noch. Ja, ich musste doch noch sagen, dass irgendwer lebt, weil sonst hätte er auf mich geschossen. Der Einzige, der richtig kombiniert hat, war Grants. Ich bin der Einzige, der oben bei Dalu rumhüpft. Als ich Marv erschossen hab, war ich aber nicht mehr oben gewesen. Ich bin extra aus eurem Sichtfeld weggegangen. Alter, ey. Aber der Digelschuss war genauso lucky, wie das immer, dass ich mich immer auflege. Schön. Danke, Cramps. Jetzt hast du mich wieder. Einen ganzen Abend lang. Ich dachte echt, du schießt auf mich. Hatte ich auch eigentlich vor. Ich glaube, es ist Dalu, er ist die Detective Traitor. Der konnte von oben nicht schießen, weil ich ihn den Weg versperrt hab. Detective Traitor. Der berühmte Detective Traitor. Ich hoffe, du blendest ihn immer ein, wenn wir das sagen, Grants. Nja, ich hab mir da leider keinen Sinn gespeichert. Crabs gefunden. Du hast es einmal gemacht und nicht gespeichert? Nein. Sonst steigt es doch raus. Alter, was war das nicht schlecht. Ich bin aus der Luft geflogen unter mir. Dabei Crap brennt es. Ich seh Grants. Dalu, lebst du noch? Ich lebe noch, ich bin Detective Traitor. Vita Wolf zielt auf mich. Ne, ich ziele nicht, du ziehst auf mich. Ich hab ne Sniper. Das ist schlecht, dann geht's. Grants steht hier und Sniper. Alter, Marv hast du mich grad. Okay, und Vita Wolf? Der ist tot. Ich bin Detective Spider-Man. Wo ist Vita Wolf? Wo ist Vita Wolf? Darf ich jemand mit dem Fahrrad filmen, Dalu? Nein, nein. Wo ist der? Wer? Vita Wolf. Ich kann mal ein Radar machen. Ein, zwei, drei. Es fehlt eine, einer ist tot. Okay, ich sehe Craps, ich sehe Marv. Zwei Leute sind tot. Ich sehe nämlich nur drei Punkte. Ich bin unter dir, Dalu, ich bin genau unter dir. Nee, ich schwatsch, ich sehe vier Punkte. Das heißt, einer ist tot. Wer ist auf dem Dach? Ich bin auf dem Dach und einer ist tot. Wer ist in der Garage? Dalu, 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 Dalu. Dalu, 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 Dalu. Dalu, Dalu, Dalu. Gehst du dir hoch? Ich habe ihn. Ja, er war's. Okay. Achso, du hast ihn? Damit ist Craps auch safe, weil er hat mir geholfen. Dalu, wo bist du? Ich habe die Leiche. Ich habe einen anderen. Okay. Weiß, Alter, wie hast du das denn gemacht? Random Kill. War kein Random Kill. Craps stand hinter Grants die ganze Zeit und hat mich nicht gesehen, aber er hat nicht auf Grants geschossen. Muss er ja auch nicht, um sich zu tarnen. Er hätte aber auch den Traitor damit retten können. Danach wäre es zwei gegen zwei gewesen. Und Craps ist ja wohl jemand, der sowas nicht denkt. Okay, alles klar. Wenn Craps nicht denken kann, dann hast du natürlich recht mit dem Kill. Entschuldige bitte. Ey, das war wirklich kein Rack. Craps hätte in der Situation sogar ich geschossen. Random Kill. Hallo Craps, müssen wir für dich ein bisschen langsamer reden. War das ein Random? Das war kein Random Kill. Nö, eigentlich nicht. Sparkles, das war doch nicht. Ich habe ja gesagt, dass Craps es nicht ist. Nee, war er auch nicht. Das war mir auch klar. Mann, ich habe nicht eine Sache machen können. Ja, sehr unfair. Ich stack da. Oh, ich bin allein mit Reiflinger. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Reiflinger. Detektor-Rauchgranate. 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 Nein, der Detektor-Rauchgranate. Nein, der Detektor-Rauchgranate. Oh, hier, der schießt auf mich. Der Grand. Halt, Marf ist es. Marf ist es. Ach, du hast doch gar nicht auf mich geschossen. Du hast doch auf das Spiel. Marf ist es, Marf ist es. Ich bin ein, der schießt denn hier rum. Marf ist es. Dein, der Grand schießt auf mich. Marf ist es. Dein, Alter. Hat zweimal auf mich geschossen. Marf ist es, Marf ist es. Marf ist es. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Dalu auch noch. Es ist nördrecht negativ. diss now an Mal. Mördweential-Rauchgranate. Ge communauté. Durchsuch sie, durchsuchen sie. Schieß es, Rainer. Durchsuch sie. Durchsucht sie, Alf. Ein Traitor haben wir haben. Ein Traitor, wir haben ein Traitor, was ist mit Grants. Und was ist mit Grants? Dallucat, du hast gerade von der Seite auf mich geschossen. Hä? Ich hab... Nein, das war Krabs. Ich hab grad Marv erschossen. Ich habe doch grad Marv erschossen. Du bist doch grad in das Haus rein in das Geld. Nein, das ist Krabs. Ich hab Krabs erschossen, war Innocent. Dann ist es Krabs und Ralfinger. Nein, nein, ein Traitor ist schon tot. Ein Traitor ist tot. Ja, aber Ralfinger hat ja eben da oben auch umgeballert. Ja, nein, nein, nicht da oben. Ich seh dich wieder. Ja, du ist es. Dallucat, es ist Dallucat. Echt, jetzt ist es Ralf. Jetzt ist es Ralf. Scheiß, Dallucat, es ist, Mann. Schieß mich noch nicht ab. Komm, trau dich. Lass stehen, lass stehen. Bitte, hilf! Er hält das einfach aus. Er steckt das weg. Peter Wolf, hast du eine Heal Station? Peter Wolf? Nein, komm. Sag mal was. Peter Wolf. Ich nicht schießen. Stopp, stopp, stopp. Hier, ich mach alle Waffen weg. Ich hab keine Waffe mehr. Sei mich bitte. Wie? Ich kann nicht. Dann kauf dir ein Radar und sag mir, wo der letzte Punkt ist. Ich hab ein Radar. Wo ist der letzte? Ah, da hinten. Hinterm Zaun ist gerade einer. Alles klar, siehst du? Hast du keine Punkte mehr? Ja, aber wieso sollte er nichts sagen da hinten? Nicht sehen. Er ist noch voller AP. Ja, aber du bist da, Lucat. Nein! Da steht... Da kannst du durch das Ding schießen, durch das Holz, Mann. Doch nicht. Du bist einfach breiter als das Holz. Ey, Peter Wolf, du bist genau in den Schuss gerannt. Ich hab auch nie gezielt und du springst davor. Das sind die typischen Runden. Alle tot außer Dalu. Ja, aber dass ich Peter Wolf gekehlt hab, das ist seine eigene Scheude. Damit hab ich nichts zu tun mit dem Horn. Aber ich hab mir hier auf die Faust gebissen und dachte mir, den traust du nie wieder. Ja, aber ich hab doch... Ey, ich hoffe, das hat jemand anderes noch gesehen, wie fröhlich du in meinen Schuss gesprungen. Ja, ich hab das genau aufgenommen, wie du ihn nachher gezielt hast, wie er beknallt hast. Weil du, wie fröhlich vorhörst. Weil du, wie fröhlich vorhörst. Weil du, wie fröhlich vorhörst. Weil du immer wieder alleine sein wolltest. Nee, nee, das kannst du dir gerne bei mir angucken, gell. Das war einfach so ein Random-Sprung. Ich glaub nicht, dass er da hin gezielt hat. Nee, ich hatte Krabs im Visier. Ich drück ab und du, juhu, von der Seite springst du da hin. Das verhindere ich. Ich weiß, dass er es nicht ist. Eno. So, aber der Detektowolf ist wieder unterwegs. Schon wieder? Dann sind auch dieselben Traitor unterwegs. Wahrscheinlich. Und Ralf, wieso hast du mich verdächtigt? Bist du durch mich gestorben oder hat dich wer anderes gekillt? Ich kann nichts sagen. Ich bin verdächtigt. Bist du schon tot oder was? That was easy. Ey, ich werd angeschossen! Jemand hat auf Dalu geschossen. Warum? Da hinten in meinem Haus. Von wem? Keine Ahnung, war ne Sniper über das ganze Feld. Ich hab's gesehen. Marf war's, Marf war's. Hier oben in dem Bauern. War ne Sniper. Ja, ne, einer hat mich auf jeden Fall angeschossen und getroffen. Er hat mich getroffen. Der Detektiv. Killed ihn. Ich bin mal unschuldig. Ich bin trotzdem mal unschuldig. Ja, das gleiche, was ich immer mache. Du, ich stand unter dir am Fenster. Kommst du dich geschossen hast. Ja, bleib mal weg. Ich suche, wenn ich Marf sehe, ich schieße ich ihn ab, ne? Warum? Wenn du mich angeschossen hast. Das stimmt gar nicht. Ja, ich hab nur noch 75. Ich bin bei Cress. Ich hab noch neun. Bist du nicht, ich seh dich. Ich seh Peter. Ich hab ihn, glaub ich. Ralf. Ralf ist genau. Und ich seh Cress. Marf lebt immer noch. Marf lebt immer noch. Leute, es ist Dalu Card. Er hat sich wahrscheinlich Rüstung gekauft, weil ich hab ihn mit der Diegel getroffen und er lebt noch. Er hat sich auf jeden Fall was gekauft. Marf ist es... Boah, wie viel hält der denn aus? Wo ist er denn? Er ist in dem Rauch. Am Spielplatz ist ne Rauchgranate. Also Grenz ist safe. Grenz ist auf jeden Fall kein Traitor, man. Wieso, wo bist du? Er lebt immer noch. Hä? Ey, ne, ihr habt so viele Kuhle in den reingeballert. Ich bin über dir, die ganze Zeit schon. Ach so, ich hab dich gar nicht gesehen, ey. Ja, ich hätte dich auch schnell abknallen können. Deswegen bin ich auch total safe. Was ist mit ihm? Ich hab ihn abgeschossen jetzt endlich. Er war trotzdem inno. Marf, natürlich. Er hat so viel ausgehalten. Du hast Marf geklappt? Ja, er hat mich abgeschossen am Anfang. Er hat mich aber am Anfang angeschossen. Dalu Card ist vorgefrei. Dalu Card ist vorgefrei. Warum darf das den Detective entscheiden? Er hat gesehen, dass ich angeschossen wurde. Dalu Card ist vorgefrei. Dalu Card ist vorgefrei. Das ist richtig. Ach, Dalu Card musst du sein. Ich will aber geheilt werden. Er hat es gut ausgelöst. Ja, du willst immer geheilt werden. Ja, ich wurde ja auch voll angeschossen. Ja, das ist schon wahr. Ja, das ist auch scheiße. Ja, aber du hast doch gesehen, dass Marf das war, Detective. Ja, hab ich gesehen. Er hat auch geschossen. Ja, wieso hilfst du Dalu denn dann nicht? Hab ich doch. Dalu, Dalu, Dalu. Ich erreife mich abschießen einfach wie Marf. Natürlich will ich dich abschießen, weil du verdammt nochmal Traitor bist. Da sind alle uns oben. Alle sind jetzt oben. Keine Credits mehr. Dalu, was ist das denn? Wer fehlt? Ich bin bei Craps. Ich bin bei Craps. Ich bin hier drüben im Haus. Wenn ich gleich tot umfalle, dann erschieß einfach Dalu, egal was passiert. Ich schieße wild um mich. Dalu ist es, Dalu ist es, ist rausgeflogen. Ich verfolge und ich kriege den. Wieso kann ich nicht durchs Fenster springen? Dalu ist es. Du musst dich ducken dabei. Ach so. Ja, Dalu töten bitte. Meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sind noch weiter oben. Tut mir sehr leid, Marf. Das bin ich. Grenz, Grenz, bist du genug? Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Du hast vorhin noch gesagt, ich bin safe und jetzt steht draußen. Stimmt, okay, du hast recht, du hast recht. Tut mir leid, du hast recht. Wo ist er denn? Dalu ist auf jeden Fall ins Haus hier rein. Wo ich gerade hinlaufe. Wehe, du schottest mich jetzt. Oh, da oben. Hier ist der Detektiv. Wow! Wer ist das? Grenz. Grenz schießt auch auf mich, glaube ich. Nein. Glaube ich zumindest. Oh, du hast geschossen, Penner. Du hast geschossen. Ich bin nämlich hinter dir. Oh, ey. Oh, das muss im Zuge. Der Einzige, der dir wieder gefährlich hat. Dann bin ich, ey. Und ich bin der Erste der Stirn. Du hast mich aber auch geschossen. Aber du hast geschossen. Warum, Marf? Ja, weil du dich da oben so rumgetradert hast. Dann bin ich jede Runde. Jede Runde war ich da oben. Nee, 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 nee. Ich hab das gesehen. Dann mach ich immer Detective Spider-Man da oben. Ja, Detective Spider-Man. Erstmal am Schleichen, weißt du? Waren hier grad reingekommen, Dalu? Äh, wo rein? Also irgendeiner von den Minecraft-Aufnehmern. Achso, okay. Ah, Krabs, wie gefällt dir das? So ne Scheiße, ey. Dich erschossen und direkt aus dem Fenster gehüpft. Vor allem stand ich weg, neben mir. Ja, alle standen neben mir, weißt du? Ich erschieße und springe direkt weg. So richtig Ninja. Weggeninjert. AWP gekauft, ey. Vor allem mit Ansage auch noch. Ich bin bei Krabs. Krabs, Krabs, Krabs. Der Vita-Wolf. Wird schon getriggert. Allein mit dem Detektiv. In dem gelben Haus. Dunkelgelben Haus. Allein mit dem Detektiv. Ich wär jetzt nicht allein mit dem Detektiv, weil ich bin bei dem Detektiv. Nein, ich verfolg den Detektiv. Hä? Ich steh genau hinter dem Detektiv. Hier wurde jemand. Oben, 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 oben. Nein, wartet. Ich komm von... Ich komm auch rein. Im gelben Haus... Im rosa Zimmer ist kein Blut. Wird geschossen. Wird geschossen. Kein Blut im Haus. Wo ist die Leiche gewesen, Marv? Nein, nein, nein. Hier wird gesnipert. Hier wird ins Haus gesnipert. Wo wurde hier unten jemand erschossen? Ja. Wo? Hast sie, hast sie. Ich durchsuch. Bombe, Bombe, Bombe. Soll ich das machen? Dann guck du auf die Tür. Nee, warte, warte. Bist du weg? Mach du die Tür. Ich hab mein Diffuse-Kit. Da ist jemand da vor der Tür. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich guck auf die Tür. Diffuse das Ding. Ich hab seinen Kopf im Blick. Asse? Das piept nochmal. Okay. Ich glaub Ralf kommt von links. Wir haben noch zwei Verdächtige. Bieter Wolf ist tot. Nee, dann Ralf oder Krabs. Krabs Auto. Ja, dann haben wir ja Ralf. Aua, ich brenne. Aua. Hallo? Ja? Verbünden wir uns? Ich glaub, er kommt die Treppe hoch. Ich glaub, er kommt die Treppe hoch. Ja, Ralf ist in dem Haus, wo wir grad die Bombe entschätzt haben. Oben. Du schießt auf mich, du Vogel. Du bist. Hab ihn. Verdammt. Drei Hells. Drei? Wirklich? Drei? Er hat sogar Marv gekillt? Oder was? Ja, ich hab den auch mal weggeschlagen. Oh, der kam rein und ich hab mir gedacht, sagst du jetzt was? Dann war ich so scheiße. Direkt zu Beginn, wir ziehen uns auf die Köpfe. Ich dachte, Krabs, 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 Stille. Dwei Runden noch. Wer könnte das sein? Der hat sich echt gut, das war steckbar gut. Krabs unten in dem Zimmer. Ja, ja. Aber solange die, ähm, die selbst reden und wenn ich dann noch anfange zu reden, ist eigentlich, ähm, alle anderen Stimmen übertönt. Ja, je nachdem wie laut man eingestellt ist. Ne, ich fand's jetzt bei dir gut, da unten in diesem Zimmer, weil da hätte ich nicht geguckt. In der Ecke. Ich wollte wieder rausgehen. Ja, ich hab da extra gewartet, ich hab direkt eine Bombe hingelegt. Bin bei Krabs. Nicht wieder auf mir. Ey komm, das war vorhin nicht böse gemeint. Ja, genau. Okay, ich glaube es ist Ralf Finger. Er wagt, glaube ich, im Traitor Menü. Ist Ralf... Wer ist denn Detektiv? Hallo, wer ist hier? Ich bin's, Vita Wolf. Ich bin Detektiv. Und ist der frei? Ich glaube es ist Ralf Finger. Vita Wolf, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Ich bin's nicht, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Da ist Ralf Finger. Ist der, ist der freigegeben? Nein, nein. Scheiß wird nicht freigegeben. Aber ich... Er ist auf jeden Fall schon mal verdächtig. Dalu zieh woanders hin. Dalu ist immer verdächtig. Von daher also... Ey, jetzt der Dalu hat auf mich geschossen. Wita Wolf hat geschossen. Wita Wolf hat geschossen. Hab ich auch gesehen. Was? Ich hab überhaupt nicht geschossen. Du hast geschossen, du hast geschossen auf Dalu. Ich glaube Ralf ist es. Ich glaube Ralf ist es. Ralf beschuldigt irgendwen. Ich hab echt's verfolgt. Und Dalu und seine heiße Taktik wieder hier. Ralf und Dalu sind es. Du bist noch voller AP. Nee, Vita und Dalu sind es. Vita und Dalu sind es. Also wenn ich es wäre... Du hast mir gegen mich geschossen. Nee, dann reich es nicht. Die haben sich beide gerade geholfen. Schieß auf mich, schon wieder. Ich glaube Ralf ist es. Ja, ja, das war aber der Dings. Der Käpt'n hat auf dich geschossen. Das ist der Käpt'n. Sag was an. Ich bin hier oben. Ich glaube Ralf ist es. Ich bin sicher, was los ist da. Du beschuldigst hier, erfreulich rum. Natürlich beschuldigt Jena. Aber die sind auch... Oh, oh, da wird auf mich geschossen. Ich hab noch nicht einmal geschossen. Ich hab ne Pumpe. Und warum sagt... Warum hilft mir keiner? Da hinten wird auf mich gezielt. Wow. Vita Wolf schießt auf den Detektiv. Gar nicht warm. Lass mich vorbei. Vita Wolf ist es auf jeden Fall. Was? Wieso dich jetzt schon wieder? Dalu ist es auch. Ralf verfolgt mich. Es gibt ja nicht mehr viel als Vita Wolf und Dalu, Mann ey. Ja, ne doch. Es gibt immer noch Vita Wolf und Rao. Ja, ja. Das war's aber. Es gibt halt nur vier Leute in Detektiv. Wenn du mich anscha... Oh, fuck. Okay, dann ist es Ralf. Nein. Ich hab' Innocent getötet. Können wir Ralf killen? Nein. Nein. Warum denn nicht? Ich bin's nicht. Ralf, wo bist du? Ich hab Dalu getötet und er ist Innocent. Das tut mir auch sehr leid. Das grenzt. Ralf, wo bist du? Ne, das sag ich euch nicht. Ich bin Detektiv, sonst bist du frei zum Abschluss. Ähm, vor mir läuft. Warte kurz. Ich seh's nicht. Es wurde schon wieder auf mich geschossen. Craps 1 läuft nach vorne rum. Aber ich steh' mitten aufm Platz. Von wo? Ich glaube, es sind Marv und Vita Wolf. Halt, ne. Das ist Dalu Traitor. Ne, war da. Dalu war ja nicht Traitor. Ich glaub, es ist Vita Wolf. Dalu ist auch gar nicht konfirmt. Kann auch nur Kunstleiche sein. Doch, hab ich konfirmt. Hab ich konfirmt. Doch, Vita Wolf. Okay, Vita Wolf schießt wieder auf den Detektiv zum wiederholten Mal. Vita Wolf ist es. Ja, er war's. Und es ist eine Bombe geplatzt. Und Ralf ist der andere. Oh, shit, nein, 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 ich wurde beschossen. Marv ist frei zum Abschluss. Ja, was, warum ich? Du bist doch Detektiv oder nicht. Ja, deswegen bist du auch frei zum Abschluss. Ja, dann pass mal auf, ey. Du bist das, ne, Marv? Ne. So. Oder Craps. Aber ich wollte gerade die ganze Zeit oben mit dir, oder? Ja, es ist Craps. Leute, es ist Craps. Nein, Craps ist es glaube ich nicht. Doch. Ralf war es denn nämlich nicht. Ja, aber ich war doch die ganze Zeit oben bei ihm. Doch, Ralf war es doch. Hast du Ralf getötet? Ralf und Craps. Ich habe Ralf getötet. Craps ist der andere. Also du hast, du hast Ralf getötet. Okay, du bist da. Du darfst hier bleiben. Ich bin innocent. Du bereust das. Ralf ist derjenige. Wieso hast du gerade gelogen? Habe ich nicht. Hast du Ralf getötet oder nicht? Ja, da hinten in der Hütte. Ich habe ihn wirklich getötet. Geh, gucken. Hör auf. Oh, Marv. Ich habe die Wahrheit gesagt. Nein. Ja, hast du, aber er war ja nicht Traitor. Alter, du hast behauptet, er war's. Jetzt habe ich nur noch drei. Toll. Teleport. Oh, Craps. Na, scheiße. Oh, shit. Puh. War er jetzt einer oder nicht? Nein. Ich habe ja schon einen getötet. Ich habe auch gar nicht mitbekommen. Du lügst gerade, weil sonst wäre die Runde vorbei. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Der hat sich da so rumgeschrieben. Hör auf. Letzte Runde. Ich wusste leider nicht, wo Vita liegt und das hätte ich wiedergelebt. Ich habe ihn mitgeschleppt die ganze Zeit. Lag erst im Pool und danach war's. Das heißt, hier einfach umgebracht. Ich habe nichts getan die ganze Runde. Ja, aber dich habe ich nicht erwischt. Das war so geil. Ich ziele von oben, schieße weit für den Rücken und er so, Marv hat mich angeschossen. Ah, herrlich. Das war schon eine schwierige Runde. Das war eine blöde Runde. Ich merke schon eine Runde. Wenn ich mich wieder zu finden nicht angeschossen habe, oder die mich angeschossen haben. Detekted. Ja klar, wie denn auch. Eno. Vor allem wenn da immer so viele stehen. Eno. Boah, der M16. Wo war ich? Ich sehe Marv. Marv zielt auf mich. Ralf zielt auf mich. Marv zielt auf mich. Genau auf meinen Kopf. Ich ziele auf dich so im Blödsinn, ich sehe dich gar nicht. Nein, ich habe den Namen falsch gesagt. Auch nicht schlecht. Also ich bin in dem Haus mit den blauen Wänden hier. In dem Jungs-Room. Ah. Wer ist da? Wer ist da? Hopp, sorry, sorry, sorry. Ich wollte die Waffe wechseln, sorry. Ich wollte die Waffe wechseln. Boah, scheiße, jetzt passiert nur sowas, ey. Achtung. Geh da runter, Ralf. Geh runter. Runter und raus und raus. Alter, was geht hier schon wieder aus? Lass jetzt los, dann tötest du wen. Ah shit, er ist durchgegangen. Wir haben eine Leiche. Ralf ist ein Traitor. Ein Schwachsinn mit einem Traitor. Ich habe nie mehr ausgerechnet. Ich bin Detektiv und ich kann es nicht muten gerade. Aber Ralf ist Traitor. Noch Hilfe, Leute. Ich bin eingesperrt und ich habe noch nicht mal eine Waffe aufgehoben. Crash, hast deine Waffe wieder geworfen? Hilfe. Alter, was liegt hier? Hilfe. Er kommt rein. Was geht denn hier runter? Ja! Mit der Schaukel habe ich den Traitor geholt. Habe ich ihn, ey. Da will man einmal helfen. Wie geil. Du machst die Schaukel bis da oben hochgezogen. Genau. Und habe mich in den Raum gesetzt. Und sobald einer die Tür aufmacht, gibt es einen Slingshot. Das ist ja voll hier. Warte, ey. Dann sind es jetzt entweder Marv oder Craps. Nein, also ich bin es nicht. Dann kannst du Marv töten. Ja, ich bin es schon wieder. Aber wo ist Marv? Hier unten im Haus. Hier unten im Haus. Ja, dann erschießt ihn, weil ich schwöbel hier auf alles. Ich bin innocent. Na, trau dir nicht nach der letzten Runde. Ja, aber dann wäre ich ja dreimal hintereinander. Traitor gewesen. Und? Ich fand es so geil, er mich. Ah. Auf, Marv. Ich schmeiß auch meine Waffen weg. Ja, oder Marv. Grants kannst du auch noch sein. Nein. Warum nicht? Weil ich zu unauffällig bin. Nee, nee, du bist auch noch nicht frei. Ich hab Angst, erzählt die ganze Zeit auf mich. Das, Marv. Alter. Der Detective ist tot? Da unten. Nein, nein, nein. Ich bin still alive. Ey, Grants, geh weg. Okay. Komm mit der Shotgun in meine Nähe. Da hat's den Ralf zerrissen. Schweine. Sag mal, liegt der Traitor da oben noch? Ja, stimmt. Der Traitor ist noch oben im Haus. Hallo? Marv ist gerade wieder hoch. Grants ist bei ihm im Raum. Ich war nicht in dem Raum. Ich geh jetzt erst ins Haus. Grants ist hier bei ihm im Raum. Marv da oben. Marv da oben. Wenn Grants tot ist, ist es Marv. Ey, Grants macht ja einen auf die Tür. Ich weiß auch nicht, was er macht. Okay, Grants und Marv sind beide hier. Ja. Das macht Grants. Er ist ein Huhn. Wo ist die Leiche? Grants ist ein Huhn. Wo ist die Leiche? Ah, hier, okay. Du willst sie wiederbeleben, ne? Nee, ich bleib jetzt bei der Leiche hier. Oder kannst du nicht... Marv nimmt die Leiche mit? Keine Ahnung. Schmeiß sie weg. Grants will die Leiche mitnehmen. Er hat euch schon längst alle getötet. Gebt mir die Leiche. Gebt mir die Leiche. Wo ist sie? Hier. Da. Wo ist sie denn? Wenn sie verschwindet. Wenn sie jetzt die Leiche fallen. Ach da. Zieht euch gegenseitig an. Wackelt nicht so. Bin ich sterben? Marv verfolgt? Ich nehm Ralf jetzt mit. Wir müssen aufm Spielplatz gehen. Kleiner Ralf möchte rutschen. Können wir die mal rutschen lassen? Hallo, ich werd verfolgt. Ich hoffe ihr seid alle mit dabei. Erstmal möchte Ralf hier in dem Karussell. Immer auf mich zu schießen. So. Und jetzt muss man das anschubsen. Das geht. Ich weiß noch nicht wie. Mit dem Magneto-Stick bestimmt. Man kann es drehen. Ihr schändet meine Leiche. Das wisst ihr schon, ja. Warte, warte. Wenn jetzt die G-Hatform bekommt, ich geh weg. Ich wusste es. Ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Mal was, ne? Mal was. Ah Ralf, wie gefällt dir dann? War super, danke. Wer war der zweite? Marv. Marv und Ralf. Das war ne schöne Runde auf dem Spielplatz. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Machs gut. Tschüss. Tschüss.